In der Tempelübung so eine Handstandstelle, davor habe ich ein bisschen Angst, weil sie ein bisschen die Schultern nachlässt, aber schafft sie schon. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Komisch, weil es gibt auch bessere und deswegen kann ich das nicht so einschätzen.